Guten Abend, mein Name ist Marcel von der Firma Fulle Food, wir sind ein Caterer hier aus der Region. Und in Anlehnung an die Fulda haben wir uns gedacht, okay, so ein bisschen heimatverbunden wäre ganz geil. Die kasselenerische Abkürzung dafür ist Fulle. Und was machen wir? Wir machen Catering. In diesem Sinne, einen guten Appetit. Glory, glory, glory. Oh, mate. Oh. Oh, mate. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.